Die Größe müssen nicht stehen. Wie sollen wir unsere Flaggschippe aufbauen? Jetzt müsst ihr wählen, wie ihr möchtet, die restlichen Schiffe auf der Leim. Jetzt, dass eure Kruise aufbauen sind, müsst ihr nächstes entscheiden, wo die Feuersturm-Escort-Vessels aufbauen. Ja, viermal habe ich an der Reihe. Deine neue Promotion hat dich in der Kommandung der gesamte Fläche, Admiral. Das bedeutet, dass ihr eure Kapitänien aufbauen könnt, die Engagement-Modes während der Krieg. Diese Engagement-Modes definieren, wie eure Kapitänien in der Krieg. Du kannst die Engagement-Modes auf jeden Fall verändern. Admiral, die Feuersturm-Escort-Schiffe haben powerlige Prow-Webungen. Ich empfehle, diese Schiffe auf einen Frontal-Attack zu setzen. Eine gute Entdeckung von jeden Schiffen-Webungen ist der beste Weg, zu wissen, welchen Engagement-Mode zu nutzen. Das müssen wir noch lernen. Ich hoffe, ich lese das auch alles schnell genug. Ich wollte auch da unten draufklicken. Man muss wirklich auf die Schiffe. Frontal? Ah, Breitseite. Okay, das ist Frontal. Die Makro-Kanonen auf unseren Schiffen sind die meisten effektive, wenn sie in kurzer Räume gefangen sind. Okay, woran sieht man das denn? Schaden, äh, Frontal. Ist auch nicht Frontal. Woher sieht man das denn? Reichweite 6.000. Reichweite 6.000. Reichweite unbegrenzt. Aber hier steht doch alle 6.000. 6.000. Ich verstehe das nicht. Warum soll ich die auf 3.000 setzen? Jetzt, dass wir die Fliege verbreitet haben, ist es Zeit, diese rebellische Traorinnen auszutreten. Aber wartet mal. Ich verstehe das nicht. Wenn ich mir die Waffen hier angucke, steht hier Reichweite unbegrenzt. Das sind diese Torpedos. Dann haben wir hier leichte Doppelmakro. Wo steht eigentlich dran, dass das Frontal ist? Hier, da hätte ich ja das anklicken müssen, ne? Aber nur so... Das hat einen großen Winkel. 270 Grad. Alle drei Sekunden. Okay, und hier, das ist schwerer Schaden, kritischer Schaden, auch 6.000. Ich mach das hier mal wieder auf 6.000, ob er will oder nicht. Aber hier steht dran 6.000 und nicht 3.000. Ich halte mich mal dran. So, was machen wir hier? 6.000, 6.000, 6.000, okay. 6.000, 6.000, okay. Okay, dann geht das an. Okay, mit Shift kann man mehrere Punkte angeben. Schleichfahrt können wir machen. A2-Kommand. Ich muss übrigens die ganze Flotte dahin bewegen. Sehe ich gerade. Deine Orte. Hm. Aufmerksamkeit. Die Gasflotte versteht unsere Flotte, Sir. Wir sind in den Fehmenswaffen nicht. Exzellend. Die Schrappe ist geschlossen. Jetzt warten wir für unsere Flotte. Sir. Ich habe ein Fehmenswessel getestet. Darf ich mich engagieren? Warte, bis du dein Ziel haben, Kapitän. Ich habe eine Probe bereit zu launchen, Admiral. Das sollte uns erzählen, was wir schauen. Sehr gut, Kapitän. Launch die Probe. Jetzt darf ich die Sonde starten. Okay. Hier, die verzerrt den Raum, oder? Ja, jein. Ich dachte, dass sie diese Wellen hier ein bisschen beugt, aber es tut sie gar nicht. Nah. Ja, sicher! Enemy ship sited! Ship ready! Setting course! Underweigh. Das war's. Das war's. So, Admiral Spire, hast du Ravensburg, um uns zu heilen zu bringen? Es gibt andere Macht in der Galaxie, außer dem Imperium, Admiral. Sie können dich für deine Wettbewerbe und deine Wettbewerbe. Deine Orden? Wir sind die Imperium! Ja, da sind wir. A2, komm her! Die Wettbewerbe sind aufgelistet. Herr, ich sage, dass wir Feuer auf ihren Plasma-Generator konzentrieren. Der Plasma-Generator zerstört die Wettbewerbe. Sie werden schwer zu nutzen, mit ihren Wettbewerben zu nutzen. Kriterische Schmerz zu den Wettbewerben, Herr. Seine Wettbewerbe sind aufgelistet. Der Plasma-Generator ist in den Wettbewerben. Ja, Admiral. Wettbewerbe. Wettbewerbe. Der wollte den kleinen hier holen, ne? Ja, die kleine Drecksau. Warum sollte ich noch eine Sonde losschicken? Kannst mich mal. Wettbewerbe. Wettbewerbe. In Ordnung. Ich habe sie ausgebracht. Machen wir seine Triebwerke, man wird klar. Frontalangriff? Soll er nur das zielen? Soll er ihn ein bisschen umrunden? So, soll er mal rumfliegen? Frontalangriff? Die Triebwerke kann nicht toleriert werden. Admiral, wir müssen ein Ende an diesem pittvollen Display und ein Beispiel an diesem kräftigen Fuss. Machen wir Blitzschlag. Ich kann gerade nichts anderes machen. Ich hängele hier ein bisschen. Verstehe ich gerade nicht. Veränderung der Kurs. Targeting enemy Vessel. Hä? Was muss ich denn machen? Ich verstehe das nicht. Okay, äh... As you command. Admiral. Arm for height. Your orders? The enemy ship has activated its warp engines, and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Brace for impact. We are the Imperial Navy. Okay, der kann hier nichts anderes machen. Ship ready! Oh, geil! So macht das Spaß! Yeah! Er! Way from the Emperor's light. Trech. Admiral Spire. Your... Gut. Das wissen wir ja schon. Your first assignment is to put... Your first assignment is to put... Dann versuchen wir es nochmal. So ne Scheiße. Ja, äh... Fehler. Ich weiß nicht warum, aber Steam kann ja auch nichts mehr laden. Once you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your dauntless light cruiser as the flagship for this first operation. You have another captain assigned to your command. This captain commands a dauntless light cruiser, and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. Smaller ships of the escort class can provide fire support, or scout for the enemy. The firestorm frigates are a good choice for this assignment. Once your fleet is prepared to engage the enemy, you should set course for the target system at once. Okay, machen wir's nochmal. Ich trugel, ich ein bisschen schade drum, weil ich nicht weiß warum. Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Now you must select how you wish to deploy remaining ships of the line. Now that your cruisers are deployed, you must next determine where to place the firestorm escort vessels. Your new promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral, the firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise, setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. Wo steht denn das das Frontalwaffen sind? Seht ihr das irgendwo? Ich mein, er sagt es aber... Woher weiß ich das? Die Macro-Kanons auf unseren ships sind die größte effektive, wenn sie auf kurzer Range geführt werden. Erstmal möchte ich sehen, wo dran erkennt man, dass das hier frontal ist. Okay, aber hier steht das nirgendwo. Okay, aber hier steht das nirgendwo. Okay, aber hier steht das nirgendwo. Ich verstehe nicht, woher man weiß, dass das hier frontal ist. Ihr sagt ja auch, ich soll hier kurz Distanz gehen. Mach ich ja. Aber ich verstehe nicht warum. Weil alles andere sagt mir... All ships coordinate your movements. We will advance as one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebels. Ipish, Ipish. FAA is immer noch. Once our ships enter the gas cloud, it should mask off fleet's emissions. I took command. Feuerwinkel 90 Grad. 270, wer sagt das? Ich habe das Gefühl, das ist total willkürlich. Ich habe das Gefühl, das ist total willkürlich. Der Grund darum wird mir nicht ganz klar. Choose where you want the probe to go. The probe will identify any nearby signals. All readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. All readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. All ships, attack the enemy vessel. Yes, Admiral. Understood. We are the Imperial Navy. Ship ready. So, Admiral Spire, did Ravensburg send you to bring us to heal? There are other powers in the galaxy besides the Imperium, Admiral. They can reward you for your skill and your devotion. Oh, there should be a bit of pressure. Oh! The enemy's void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Targeting the plasma generator drains the ship's power. They will have difficulty using their warp engines. Critical damage to the enemy ship, Sir. Their void shield capacitors are destroyed. Ship ready. Oh, they have lost something. Shit. Your orders. For the Emperor. For the Emperor. Oh, that's all. For the Emperor. The ship is locked. There's a lot. I thought... I thought... You're right. You're right. You're right. We are the Imperial Navy. They have to get ready. The ship is ready. Helm coordinates are acknowledged. Er greift immer das klein an, ne? Oh, er ist ganz schön kaputt. Ich kann grad nichts anderes machen. Wir müssen warten, bis er exekutiert ist. Ah, Triebwerke kaputt, ehrlich? Der macht mir das Schiff noch kaputt, die alte Drecksau.